Wer das Volk verachtet, hat kein Recht, es zu regieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden uns bürgerliche Allianz für Aschersleben nennen, weil wir damit herausstellen wollen, dass wir gesprächsbereit sind, aber die bürgerliche Mitte stärken wollen und nicht die da oben. Die haben genug Rückenwind von allen Erfüllungsgehilfen, die da bis jetzt in Position waren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Musik